Wir haben heute für Sie auf der Messe in Leipzig unser neues Gerät MHLE20, ein elektrischer Luftheizer, mitgebracht, das sich wieder durch besondere Produktdetails auszeichnet, die wir extra für Sie und für den mobilen Einsatz der Geräte entwickelt haben. Im Speziellen zeichnet sich das Gerät aus, dass es drei Stromeinspeisemöglichkeiten hat, so wie der Nutzer unserer MobiHeat-Geräte von den elektrischen Warmwasserheizmobilen gewohnt ist. Sie können einspeisen mit 230 Volt 16 Ampere, mit 400 Volt 16 Ampere und 32 Ampere 400 Volt und je nachdem, was das Gerät für eine Stromstärke als Einspeisung bekommt, passt sich automatisch die Heizleistung und auch die Drehzahl des Gebläses an. Die Anwendungsfälle von unserem MHLE20 sind insbesondere dort, wo ganz schnell Raumluft erwärmt werden soll, also zum Beispiel auf Baustellen, bei Zelten oder für Events. Ein weiteres technisches Feature an unserem MHLE20 ist die Möglichkeit, dass Sie einen externen Raumthermostaten anschließen können.